Hallo Leute, ihr werdet euch wahrscheinlich auch, weil ich mich lange nicht mehr gemeldet habe. Ich bin euer Holly Diver und das ist jetzt wieder ein Amberg-Umgebung-Video. Ich befinde mich gerade auf der schönen Allee. Die Sonne scheint. Die Autos sind laut. Und da, ich gehe gerade den schönen Amberger Geschichtsweg vorbei, denke ich mal noch. Und ich wundere, wenn ich ab und zu nichts sage, weil Passanten vorbeigehen. Hier ist das festliche Gebäude, wo früher mal ein Wohnhaus gesandt ist, wo jetzt eine Bäckerei ist. Total scheiße. Ja, hier gehen auch Passanten, die filme ich auch, damit ich auch keinen Strich vom Gesicht sehe. Das könnte ich vergessen. So, hier ist das schöne Blumenbeet, wo man leider nicht befreit ist, auch wenn ich mich frage warum. Mich wollte ich natürlich auch mal wieder sehen. Hier ist das Kofüstenbad, wo man sehr gut schwimmen kann. Ja. Ich werde dieses Video leider nicht sehr lange machen. Es ist schön warm, es ist zwar bewölkt wie Sau wieder, wie es ausschaut. Wie gesagt, ich verstehe nicht, warum so ein Zaun sein soll. Wahrscheinlich, weil wieder so viele affische Besoffene die Blumen sonst rausreißen würden. Hier, ich kann ja mal stehen bleiben kurz, dann wackelt es nicht so. Hier ist das Blumenbeet. Das ist ein Baum. Hier gehen wir mal zurück. Den Weg bin ich jetzt gegangen. Ja. Mal ganz rum. Schön langsam. Es ist laut, ich weiß, es tut mir leid, es sind halt Autos. Kann man nichts machen. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr habt euch gefallen. Neues Amberger Umgebungsvideo. Bitte kompieren, liken und abonnieren, wenn es geht. Euer Holy Diver. Also, bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.